Willkommen beim Terran Konflikt. Wir sind in, ja, Montala. Sehr gut. Und werfen mal einen Blick auf unsere Besitze. Unser Sektorhändler. Wunderbar, kauft Sonnenblumen. Ach, das sind die beiden Aldrins. Der ist schon Level 8. Und du warst der Neue. Level 4. Das geht doch ziemlich schnell. Oh, guck mal, da unten liegt gerade einer an. So. Die hängt fest. Level 10. Oberzahlmeister. Super. Der soll aber weiter in den Terraner. Oh, warte mal, warte mal. Wenn du Level 10 bist, dann ist doch deine Fracht leer. Ja. Okay, dann Sektorhändler. Kommando. Kommando Konsole. Handel. Starte Sektorhandel. Achtung. Der Flug 5. 3. 5. Musste leider wegen erhöhter Xenon-Aktivität auf der Wegstrecke abgesagt werden. Passagiere melden sich bitte an der Rezeption. Auf Ebene 8. Ach, du kannst gar nicht über vier Sektoren handeln. Äh, dann ändere ich daran nichts. Der könnte jetzt nicht als Universumhändler werden. Okay. Otas. Wir fliegen zur Otas. Wo ist denn die Otas? Heimat der Legende. Da. Also einmal den Bogen rum. Gut. Wie viel? 800 haben wir noch. Sprungantrieb wird geladen. 10%. 20. 30. 40. 50%. 60. 70. 80. 90. Initiere Sprung. Mal gucken, was die Ota heute vor uns will. Otas. Erreiche System. Heimat der Legende. Juhu. So. Ich hoffe mal, das ist diesmal wieder eine Kampfmission. Apropos Kampfmission. Mein Besitz. Unser C für. In. Firmenstolz. Kommando. Kommando Konsole. Wie viel Fracht hast denn du? Ach, kann ich ja von hier aus nicht sehen. Vielleicht müssen wir den nämlich mal auftanken. Nein, 900 Energiezeiten. Okay. Kommando. Kommando Konsole. Navigation. Springe und fliege zu Stationen. Du bist ein Firmenstolz. Ich können wir mal ein Stück näher holen. Nach Aladnas Hügel. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut. Dann haben wir den nämlich in der Nähe. Oder Fertquartier. Falls wir Verstärkung brauchen. Der hat schließlich zwei fette Jäger an Bord. So. Ding Dong. Andock Vorgang erfolgreich. Willkommen an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Was soll sein, Pilot? Wie gerufen. Es mag sein, dass Sie diese Aufgabe etwas problematisch finden werden. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Moment. Ich suche da. Ja, mit einem TP Passagierkreuzer. Tschüss. Tschüss. Pock Selam. Was soll sein, Pilot? Ein Job soll es sein. Großartig. Genau richtig. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Zettel gegriffen. 16. 16. 20 mal Hornisse. Und 16 mal Feuersturmtorpedo. Ist notiert. in 20 Minuten. Ha! Vergiss es. Die Mission nehme ich jetzt nicht an. So, das heißt als erstes gucken wir mal. Feuersturm. Da. Donnerschlag. Nein, falsche. Donnerschlag-Rakete. Gewittersturm. Gab es hier nicht mal Feuersturm? Da. Torpedos. Da sind unsere Hornissen und ein Feuersturm. Okay, wir kaufen erst mal die Hornissen. 20 Stück brauchen wir. Produktionskomplex. Torpedos. Alpha. So. Ding Dong. So, guten Tag. Erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Hornisse-Rakete. Gekauft. Diese Rakete kann auf Ihrem Schiff nicht verwendet werden. Ich will sie auch nicht verwenden, sondern weiterverkaufen. Hornisse. Abgehakt. Oh, jetzt hast du schon zwei Feuersturm-Torpedos. Ach, egal. Nee. Die kauft mir schon keiner weg hier. So, jetzt müssen wir wieder gucken. Jetzt geht das wieder los. Ähm. Da. Erweiterte Optionen. Enzyklopädie. Raketen. Eingehende Nachricht. Schnauze. Feuersturm-Torpedo. Wird als Produkt Gin's Flucht, Heimat der Legende und Herrons Nebel. Mit dem Split verstehen wir uns ja mittlerweile gut. Also auf nach Herrons Nebel. Ihr Schiff Cephyr. Alles klar. Mein Cephyr ist bereit. Schließen. Wir wollen nach Gin's Flucht. Abdocken. Schiff Cephyr. Schiff Cephyr. Jot. Ab. Das war's doch. Gin's Flucht. Ich nehme mal das... Oh, das ist ja weit weg. Egal. Wir haben Zeit. Ich nehme das West-Tor. Schraubeantrieb wird geladen. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Initiere Sprung. Erreiche System. Gin's Flucht. Ich nehme das weit entfernte West-Tor. Ich nehme das weit entfernte West-Tor deshalb. Tierkirch's Enteignung. Weil wir den Sektor hier noch nicht kennen. Das heißt, bevor wir uns nach den Feuerstrom-Torpedos umgucken, wenden wir mal. Und fliegen mal hier rein und gucken uns mal Tierkirch's Entscheidung an. Erreiche System. Tierkirch's Enteignung. Tierkirch's. Ah, guck mal. Ich sehe ein... So. Chelt Raum-Aquarium. Sonnenkraftwerk. X. L. Alpha. Sehr gut. Gute Morgen, liebe Split. Ihr seid Freunde von uns? Angesehener Partner. Alles klar. Danke, Freunde. Ich sehe, wir verstehen uns. So. Wir fliegen jetzt aber zum Ost-Tor zurück. Wo ist es da? Wo sind wir eigentlich? Familie Niu-Tins, Abgrund, Familie Rüg. Mehr der Fantasie. Ah, da oben sind wir. Wow. Der wollte aber ziemlich lang. Erreiche System. Kinds Flucht. Guten Morgen. So. Wir wollen... Oh. Siebenfeuersturm-Torpedos. Produktionskomplex. Torpedos. Alpha. Wo ist das Ding? Da. Ah, hier gibt's ne Menge Missionen abzugreifen. Da werde ich gleich mal rumfragen, ob was bei ist, was uns gefällt. Guten Morgen. Ach, immer noch nicht. Anmerkvorgang erfolgreich. Heil der Familie Onka. Die Split-Dynastie heißt Gute Freunde an Bord willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Lieber Split, ich habe Geld. Ja. Und zwar habe ich 12.000? Wo ist mein Geld hin? Ach so, 12 Millionen. Du zeigst es gar nicht an. Haha. Wollte schon sagen. Na gut, mein Pilotenstatus. Split da. 39% angesehener Partner. Dann werden wir mal gucken, was es hier an Missionen gibt. Mittlere Waffen da. Okay. Produktionskomplex. Was du wollen? Du vielleicht finden schwierig. Bauen sie eine Station. Hahahaha. Keine Chance. Ich baue doch keine Stationen. Wow. Da dockt einer an. Fupp. So. Angedockt. Gut. Ich gucke mal lieber nach der Kampfmission hier. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikation. Du wollen sp... Du uns nun senden Daten. Du vielleicht finden Mission etwas schwer. Du machen wollen Arbeit. Töte Tupankakalutko. Für eine Mille. Für eine Mille. 13 Minuten. Eingehende Nachricht. In Nieshinterhalt. Da. Da können wir hinspringen. Na dann. Sprungantrieb aktiviert. Waffenscharf gemacht. Ost oder West. Schwester. Waffenscharf gemacht. 20. 30. 40. 50%. 60. 70. 80. 90. Initiere Sprung. Erreiche System. Nieshinterhalt. An Bord der Schuss Pirat-Zentaure. Pirat-Zentaure. Ja klar. Ost-Tor. Alles klar. Also. Shift. Springen. Lohnt sich das? Nö. Lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Die 30 Kilometer. Fliegen wir jetzt spontan. Äh. Spontan. Frontal auf ihn zu. Oh. Pirat-Viper. Pirat-Zentaure. Sie ist nun in Feuerreichweite. Wow. Die Familie Rumka und die Split-Dynastie erkennen ihre Wert- Eingehende Nachricht. Jetzt muss ich darauf achten. Dass mich die Viper nicht platt macht. Du bist kein Problem da unten. Und wo ist die Viper? Bussard-Angreifer. Nein. Pirat-Viper. Sie werden keine zweite Chance erhalten. Guck. Und jetzt ist der Kleine dran. Und der Profit kommt zuerst. Sie bekommen gar nichts. Wow. Oh. Ach hier. Der große. Die Sektor-Wache ist das. Der Profit ist verloren. Oh. Oh. Nicht auf mich schießen. Mentes-Rakete. Okay. Wie versprochen werden sie entlohnt. Danke. Und da sagt mein Pilotenstatus jetzt? Split 90 Prozent. Okay. Das heißt, wir brauchen noch eine Mission. Sie sprechen mit dem automatisierten... Was du wollen von Split? Die Preise... Ginstflucht. Familie Rüg. Na, wir kaufen mal. Ich dir jetzt werde übertragen Daten. Bringt mir das was? Nein. Okay. Sie sprechen mit dem Automat... Was wünschen Sie kommen? Ich übermittele jetzt die angeforderten Informationen. Diese Mission sollte sehr lang... Ja, du bist aber, äh... Jemand, den ich nicht brauchen kann. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunik... Du wollen Split, du und du machen wollen Arbeit. Geheim-Operation... Ja, Folge wieder. Oh, da sind wir wieder drei Wochen beschäftigt. Ne, ich werde keine drei Wochen Mission machen. Wir fliegen wieder zurück... Und holen uns die Kampf-Missionen. Familie Rie. Ähm... Westtor. Tor. Familie Nie. Familie Rie, wo, was? Okay. Dann würde ich sagen, war's das? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. See you later.